Darf ich ihn hier hinkommen? Ja. So. In die Fresse. Oh. Wer? Du? Sorry. Ist hier noch was drin? Nö. Oh. Oh. So. Leute, ihr könnt später weisen. Mein wenigstens vorgegeben. So, das war doch mal schön. jetzt kommt ein kapitel was ich gar nicht gut finde das Aua auch wieder volle energie ziemlich unloblich sagen Hubschrauber absturz ich werde es überleben aber Schlittschuh fahren werde ich so schnell nicht wieder können Schlittschuh fahren? Schwucht wollen sie ihn wirklich allein da hinschicken? die Jungs fackeln nicht lange wir hatten keine Wahl und mich kümmert sich gar keiner auch nicht schlecht wir sind noch ein paar Kilometer von der Rammelmeyeranlage entfernt von der was? Rammel? ah egal haha haha enemy patrols auslöschen ja das finde ich auch gut hoffentlich stimmt das ja hallo bin ich dir hier auf dem Boden nicht oder du? also ich hasse diesen hier kommen später Sniper und diese ganze Kack ok hier ist es nicht wie in Steinitzel dass alle Schlösser kaputt sind hier gibt es einfach keine Türknaufe oder Türklicken und nicht schlecht naja Auge vergessen zu rennern ich klinge jede Wette ein dass die Grundwasser Kontamination in oben und der geheimen Aberkörplanlage ausgehen deshalb müssen die jemanden zu dieser Kläranlage geschickt haben die fürchten dass man das zu nieder zurück verfolgen kann trefft doch geht doch so wo sind denn feindliche Patrouillen komm wir schon gleich ja hallo ich habe mich schon gesehen das will ich auch oh oh shit ich habe mich noch nicht gesehen oh jetzt kommen sie ich glaube hier könnte ich die Schrot findet wieder gut benutzen warum habe ich eine Granate geworfen ich Idiot ich wollte eigentlich die Granaten anwechseln wie ging das nochmal F-Tasten ne scheiße na ganz toll würde mich schön verraten so die wollte ich doch nehmen mal nein halte mich nicht mal an das was ich sage so hallo ich weiß der hat mich gesehen aber scheiß auf und hallo ihr seht mich nicht wow dicker Brummer ich glaube einfach mal in der Runde aber ich glaube dass ich kann wieder zurücklaufen ja ich glaube wieder zurück so hö 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 versteht nichts hallo kann man da durch oder was ne er ist zu fett passt da nicht durch ach ja so ich frage mich jetzt darf man da runter oder stirbt man dann und wie komme ich darüber um die Reflexspritze zu kriegen ja ich denke da darf man runter und würden die ja da nicht rumgammeln und die die wechselt man die Granaten das wirst du schreibt es in die Kommentare dass ich für den nächsten Teil weiß das alles klar ich will noch die Reflex Dingses haben die ist aber da oben die komme ich dahin hier wohl kaum voll die Bruchbude und dann so ein Fahrstuhl auch wenn er kaputt ist aber das ist unlogisch Prozent 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 sie war es scheiß auf die Reflex Spritze ja mach's doch mal kaputt man ja ja komm doch komm doch her wenn ihr was wollt ach da ist er ja ich hab mich ja gar nicht gesehen im Dunkeln da so kann ich das noch aufnehmen ne schon wieder voll oh ich weiß was kommt oh mein Gott ein richtig dicker Brummer nicht ein dicker Brummer sondern ein fetter Brummer das ist ein fetter Brummer schrub bitte Prozent Slow Mo und der hat Leserwaffen das gibt's doch gar nicht oh shit was der kann doch durch da da einfach durch so gut ich sag euch erstmal so den Brummer mit den äh Raketen finde ich schlimmer oh hier kommen jetzt Sniper ja hier kommen die Schnippers aus so oh ja da sind sie alles klar dafür haben wir diese Waffe hier noch einer ja oh mein Gott hä oh so kann man da rüber oder kann man da nicht rüber ich glaube man kann da rüber aber ich habe in Erinnerung dass ich da schon öfters mal gestorben bin also hier ach so geht doch ich bin da schon mal runter geflogen hier sind auch wieder Schnipper hier ist auch wieder Munition für unsere Waffe Schraube